Hallo, liebe Freunde. Ich bin schon total aufgeregt, denn am 19. Juli erscheint mein super tolles Pummeleinhorn-Hörspiel. Hallo! Was für ein Tag ist heute? Das war der erste Tag vom Pummeleinhorn. Yeah! Gib mir ein P! Los, gib mir ein P! Nee? Nicht nee, ein P! Also, gib mir ein P! P! Sehr gut, ich höre dich. Ah, okay. Ähm, verstehe. Gib mir ein U! Gib mir ein H! Moment, was stand auf der Packung, in der du lagst, als ich die das erste Mal gesehen habe? P! U! M! M! Pumme! Pumme! Pummeleinhorn! Dieses Ding ist ja auch wirklich sehr, sehr winzig. Vielleicht ist es daran, dass es eine Ukulele ist. Ja, ja. Ja, tschuldigung. Bei dir sieht sie viel kleiner aus als bei der Pauli. Ja, weil ich so dick bin. Nee! Ist der nicht süß! Unglaublich, was ich mir hier bequalen lassen muss. Jetzt gehen wir alle nach Hause. Mit mir. Ja, ich hoffe es hat siegr. Gott, nicht mehr, was er list 1. Bulge sie mir. Das sieht gut nachler aus als ich dranken konnte. Merzbeieh, wenn wir alle nach Hause gehen, wirauen, unsapplaus-